Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge für Binding of Isaac Wir sind mit in einem One, der zweite Teil halt Und ja, es sieht nicht gut aus und es sieht aber auch nicht schlecht aus Es geht also, ja, versuchen wir unser Bestes und hoffen noch, dass wir ein paar Items kriegen So, oh oh, der war fast voll knapp zu So, in den Raum geh ich jetzt nicht mehr, da hab ich nur schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen ab zu nem Boss Ich bin ja eigentlich so verwandt mit der, mit dem Team of Slive, oder? Aber der geht viel schneller, dauernd muss man auch viel schneller Ich bin auch ab, uah So komm, so Uh, geil Oh, Himmelsraum, hatten wir den schonmal? Jedenfalls ist das hier Damage ab Boah Und jetzt gehen wir erstmal In den Himmelsraum, oder heiligen Raum Cheers up Boom Guckt euch die fetten Tränen an, ey Was für ein Glück hab ich denn Alter, guckt euch die fetten Tränen an Unglaublich Alter Oh, und die verfolgen die Gegner Unglaublich, ey Die kriegen Abstand Boah Heftig, ey Heftig Heftig Das ist heftig, ey Leider hab ich kein Tieres ab und so gut Ich dann Viele Tiere ab und so gut Dass ich dann Äh Dass ich dann viel schneller mit den Tränen tiefen tun Aber vielleicht kommt das ja auch noch So, da gehen wir nicht rein, da war noch eine Truhe Die brauchen wir nicht Oh, hier Oh, da gehen wir noch Oh, da gehen wir noch So, erstmal hier meinen Oh ja, das wissen wir auch Das weiß ich auch was du machst Wenn ich nur noch ein halbes Herz hab, dann werde ich total argro Mach noch mehr Damage Alter, guckt euch die fetten Tränen an, ey Im Vergleich zu den anderen Tränen von meinen Kollegen Alter, wenn ich nen Boss treffe, ey Der ist instant tot, ey Das schwöre ich euch Mein größtes Problem ist jetzt nur noch, wenn so Fliegen da sind So ganz viele Dann kann ich das halt nicht Richtig JA Ihr Wie, wie soll ich denn da rauskommen? Ach Freunde, das ist doch nicht euer Ernst Alter, ich mach alles mit einem Schlag für dich Heftig Oh 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 Wenn du geht jetzt mal hier down? Ich würde euch gerne... So, perfekt Eine Plur, die nehm ich jetzt mal nicht haha, tot, wie geil, noch ne Bücherei oh, der war knapp ey die Steine die einen immer verfolgen, weil man in der Nähe von denen der war knapp, so ich rede jetzt einfach nicht zu riskieren, deswegen nehm ich die Pille jetzt mal nicht hallo, aua, ey Leute das tut doch weh, guck mal auf der Mitte was macht meine Fliege da eigentlich in der Mitte ich glaub die mag kisten ach, schon wieder ne Pille nein, nein, nicht gut Pille warum ist denn der Typ hier denn einfach grade gestorben? hab's nicht gesehen, könnt ihr ja im Video wirklich sehen schon wieder die Pille, egal, ich nehm die jetzt einfach Bad Gas, genau, das macht einfach gar nichts ja, wie aggro die Dinger sind oh oh, ist hier weg nein oh Alter, das eine Ding so, nein man scheiße drückt mich das Ding noch wo der Raum schon tot war ja ich krieg nen Anfall, Freunde oh 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 yeah, wir kriegen unseren Hyper Meat Boy, geil mein heiliger Reiser ist hier Guck mal wie schnell der down geht Aua Hauptsache Oho Oh Na freund Alter Der ist aber richtig aggro gerade Genau Und wir haben unseren Beat Boy Yeah Cool Ok dann gehen wir jetzt mal weiter Wovon träumen wir diesmal? Wir werden von unseren oder von irgendwelchen Leuten angekackt Yeah So Oh Haha Ritt voll da rein Nee das wollte ich nicht Oh Na komm Ich sag noch oh oh Lobau das sind zwei Herzen Das weiß ich Oh Oh Wieder knapp ey Oh nee nicht so ein Raum Ich die hasse Ich die hasse Sof Meat Boy Aber die sind uns besiegbar die kannst du nicht kriegen Okay Okay Ganz ruhig So perfekt Mit den Betten der Raum komm ich jetzt nochmal viermal dran Boah 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 Yay ein Ding Boah Boah wie aggro Boah Los Meat Boy Hol dir die Fliege Los Mach fertig Alter Meat Boy Danke Ich weiß nicht was das Ich glaube jetzt bin ich heilig oder sowas Ich weiß es aber nicht Das bedeutet ich kann noch mehr Äh Himmelsräume finden Aber gut Aber gut So Dann geht es jetzt erstmal weiter Wenn wir noch in keinem shop heute Oder in der In der Äh Session Session sag ich schon In dem einfach One So heißt es Sag ich doch Die ganze Zeit kommen jetzt nur noch diese Räume Oh Mann ey Die macht echt mal so Damage Los Meat Boy Wo geht ihr doch Du meine Fliege Ja Meat Boy ist manchmal echt faul Hallo Alter So So Ich glaube das war nicht so gut das Item was wir da sehen Und deswegen gehen wir jetzt auf die Tour Obwohl wir gar keins fahren So Oh Na Freunde wieder Die haben die Boote gedacht Die sind mir tausend mal lieber als diese hier Hier Das gibt's doch nicht Mann 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 Freunde Freunde Ja Genau Wie viele Wie viele die einfach sind Wie viele Unglaublich Und ich Aua Alter Und ich Krieg's einfach nicht auf die Reihe So egal ich geh zum Boss Hallo Mann! Mann, die sterben! Aua, oder ich? So, ich hab gewonnen! Yay! Wir kriegen die Krone mit ganz viel Geld! Und ab in die nächste Ebene! Uhu! Zack! So, ich weiß nicht ob wir gewinnen können gegen unsere... Ey, wir wurden mal getroffen. Ob wir das schaffen diesmal? Das sieht nicht gut aus. Äh, ja. Hallo? Schnappt euch! So, erstmal abwarten, bis das Blut weg ist. Die aktive Briefe natürlich, wer kennt es nicht. Und jetzt machen die auch einen Schaden. Also, wenn nochmal irgendwo der Kack rumkommt, dann bin ich so gut wie am Arsch. Alter, Tauben, haltet die Fresse! So. Okay. Okay. Okay, das haben wir schon mal. So, jetzt warten wir auf unseren Freund. Du belatsch! So. Oh, Laser Augen! Laser Augen! Laser Augen! Laser Augen! Perfekt! Und jetzt sind wir auch schon mal. Das ist gut. Boah, das war gar nicht klar, Freund. Nein! Boah! Du sterben, Kollege! Boah! Boah! Das tut weh! Alter, kriegen wir jetzt... Boah! Wir haben... Super Meat Boy! Oder wie das Ding auch heißt. Alter, wie fett das Ding jetzt ist! Oh nein! The Fallen! Oh nein! Scheiße! Boah! Wir haben so viel Pech gerade! Boah! Super Meat Boy! Boah! Super Meat Boy! Super Meat Boy! Alter, der macht gegen ganz schön schade! Boah! Der macht den richtig schade! Das finde ich richtig geil! So! Jetzt kriegen wir jetzt die Rolle! So! Für ein Mixed Mess Event! Und umso weiter unsere Tränen fliegen und dann Leute treffen, umso mehr Schaden macht es also NOCH mehr Schaden! So! Komm schon! Das schaffen wir irgendwie, Freunde! Wir sind in einer Kiste und kriegen keine Luft mehr! Auch ein Scheißdruck bestimmt! Weiß ich nicht, ob er ummechtet wird oder so! Alter, geh doch mal down! Hält aber was aus! Für so'n Mini-Boss! Hallo! Ja, mal mit, Freunde! Der rügelt das schon! Der macht das! Kein Problem! So, was war das nochmal? Das war Scheiße! Ich hab' mir gedacht! Ich hab' mir gedacht! Ich geh' mir dann erstmal in den Geheimraum! Hey! Irgendwo nach Scheiß... Boks! War'n Lagerbocketing-Hicks da! Nein! 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 So! So! Hier kann ich das irgendwo manchmal... So! Moment! Aua! Nein! 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 Oh, Manu! Baaah! Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Na ja! Ich hab' grad meine Karte aktiviert! Und da lagen zwei Herze! Oh Gott! So knapp! So knapp! So knapp! Na gut! Hätte ja sein können, aber das war ein cooler One! Finde ich! Wir haben's dann geschafft! Aber wir hatten coole Items! Neue Items! Neue Items! Neue! Na ja! Hier sind die Challenge! Die müssen wir auch nochmal machen! Hier sieht man jetzt die ganzen Items, die wir schon gefunden haben! Das ist ganz schön! Finde ich cool, dass die hier so alle gelistet sind! Hier das hatten wir! Hier mein Lieblings-Item! Haha! Gut! Gut Leute! Ja! Falls euch diese Folge gefallen hat, dann schaltet auch nächstes Mal wieder eins zu einer weiteren Folge! Let's play The Binding of Isaac! Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dahin! Tschüüüüüüüüs. Untertitelung des ZDF, 2020